Was? Wir holen es ja noch. Jo, jo. Was macht der Teamleiter da? Alter. Wenn LKW aufhalten sollen. Dann machen wir ganz einfach ADM bei den Cops. Der hat mich gefinischt? Was? Der holen schon, Alter. Ich glaube es hat sich gerade erledigt. Vielen Dank, dass Sie mich gefinischt haben. Vielen Dank, dass Sie mich gefinischt haben. Vielen Dank, dass Sie mich gefinischt haben. Vielen, vielen Dank. Jetzt tun die meine Sportlimo weghauen, wobei ich die Sportlimo überhaupt gar nicht gejobbt habe. Gut.